Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen wieder das hochgelobte und vor allem lang erwartete Ubisoft Open-World-Game Watch Dogs. Ich höre das. Na, dann nimm doch wenigstens deinen Koffer, mit dem sie dir die Tasche, die sie dir da runtergeschmissen hat. Okay, wie dem auch sei, wir gehen da mal hin. Kann ich das aufnehmen? Hallo, deine Tasche? Nun denn, dann halt nicht. Also, passt mal auf. Wir müssen nämlich jetzt hier hin. Ich zeige es euch. Hier, um der Kampagne zu folgen, was wir jetzt auch machen, müssen wir hier hin. Und zwar, danke für den Tipp. Wir haben einen, ähm, also Bad Boy, Bad Boy 17, welcher sich als weiblich herausstellte und jung und eigentlich auch ganz attraktiv. Tätowiert. Ein bisschen wie Lisbeth, wenn ihr, ähm, ja, hier die, die, na, wie heißt er denn? Die, ja, die Millennium-Trilogie. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Wenn ihr die, äh, verfolgt habt, dann kennt ihr auch Lisbeth. Und, ähm, wenn ihr Lisbeth kennt, kennt ihr auch Millennium. So einfach ist das. Nun denn, ähm, die sieht ein bisschen so aus und die hat einen, ähm, Rückruf zurückverfolgt. Ähm, und jetzt wissen wir hoffentlich bald, wer denn den Auftrag gegeben hat, ähm, meine oder unsere Schwester, also die Schwester von, äh, Aiden, einzuschüchtern, ja? Und jetzt gehen wir mal dahin. Und zwar ganz ohne Radio, weil ansonsten, wow, ansonsten wird wieder gemeckert. Von wem? Na, von wem wohl, ne? Also eigentlich ja nicht von YouTube. YouTube setzt es nur um. Naja, egal, auf jeden Fall ohne Musik. Das ist besser so. Genießen wir einfach den Sound des Motors und die wunderschöne Grafik von Watchdog. Wir sind eh schon gleich da, dauert ja nicht mehr lange. Schauen wir mal ein bisschen, hoffentlich, oh, kein Unfall bauen, bitte. Wurde es nur mal so ein bisschen mich ein bisschen umschauen. Wird wir auch ein bisschen was von der hübschen Grafik mitkriegen. Nee, wir nehmen jetzt keinen Fixer-Auftrag an. So, geben wir mal wieder ein bisschen Gas, nehmen hier die Abfahrt, wie erwünscht. Hier ist die Polizei, ne? Verhalten wir uns mal unauffällig. Gut, das war jetzt alles andere als unauffällig, aber okay. So, nicht bei grün, bin ich bei rot über die Ampel fahren. Weiß ich, ob das irgendwie was ausmacht. Ich kann hier auch überhaupt nicht erkennen, ob jetzt hier rot, grün, gelb, lila ist. Jetzt ist grün, überall. Bilderweise. Oh, da hat's gefetzt. Naja. Passiert. Da will ich mal irgendwie cool in die Ecke slide, ne? Und was ist, klappt überhaupt gar nicht, ne? Yeah, cool. Die Brücke, Achtung. Aber was ist denn hier los? Warum hakt es denn heute so? Bitte um Verzeihung, irgendwas stimmt da nicht. Ah, hier. Oh, wir haben wieder böse Grafikfehler hier. Seht ihr es? Boom, shit. Hoffentlich hat sich das irgendwann mal erledigt gleich. Wenn wir den Auftrag starten vielleicht. So, hier wollen wir schön parken. Danke für den Tipp. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut. Ich schlocke die Lüge wieder. Erreicht sie die Signalquelle des unbekannten Anrufers? Nee. Okay, wahrscheinlich muss ich mich jetzt da irgendwie rüberhacken oder was? Na, schauen wir mal, was ist jetzt da? Ein Schaltkasten. Wenn ich den jetzt hecke. Achso, das ist dann eine Deckung quasi. Tada! So. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn da hoch? Hier. Ja gut, nix leichter als das, merke ich gerade. Hier. Und dann hier noch. Gut, das haben wir gemacht. Den Ausgangspunkt des Signals lokalisieren. Dann tippen sie X, um den Profiler ein- oder auszuschalten. Jetzt ist er ein. Äh, ein. Jetzt ist er an. Achso, hier. Scannen. Achtung. Das teilt sich auch. Es gibt zwei CTOS-Kässen. Was mag das heißen? Dass wir jetzt erstmal hier in die Kamera reinhecken, uns erstmal hier in die Kamera reinhecken. reinhecken okay, das scheint es hier um die Ecke zu gehen weil dem muss ich ja jetzt voll folgen was machen wir denn da haben wir hier irgendwo eine Kamera um in hier ist ein Lift, das bringt uns ja jetzt auch wenig ich gehe jetzt mal in diese Kamera rein mal gucken dann in diese Kamera dann kann ich hier um die Ecke gucken bin ich vielleicht gar nicht so falsch aber nicht nah genug anscheinend jetzt, was mache ich denn hier ich kann aber zoomen bin trotzdem da hängt, was war denn das bin ich noch drin da hat sich wohl irgendwie gerade was aufgehangen Leute wie mir das auf den Nerv geht, oder? oh man, oh man, oh man, oh man, oh man ihr bleibt jetzt gerade mal dran ich rede in der Zeit ihr habt jetzt einfach mal ein Black Screen ich rede und wir gucken jetzt mal, was da passiert ist na aha, mein PC möchte sich neu starten weil wir Updates gezogen haben bei Windows super hoffentlich geht es jetzt weiter wir gehen nochmal in Watch Dogs rein Moment mal hier noch so, Vollbild wir sind wieder da aktivieren wir haben das doch schon aktiviert oder haben wir es nicht aktiviert verdammt ich weiß es nicht mehr aktivieren aber wie aktiviere ich das denn? ich aktiviere das indem ich was weiß ich was ich da machen muss jetzt gehen wir mal den anderen Weg hier hier hoch hier lang äh jetzt geht es hier hoch komme ich hier hoch irgendwie? nö oder kann ich hier irgendwie einen Aufzug aktivieren oder was oder einen Kran oder verdammt okay komm wir folgen jetzt erstmal hier diesen was ist das da ah hier kann ich jetzt so ein komisches Spiel machen aber kann ich jetzt eigentlich nicht weil genau mitten in der Mission geht das nicht diesen Lift den ziehe ich mir jetzt mal runter und fahre mich damit mal hoch und guck mal was da passiert ob mich das weiter bringt erstmal hänge ich mich hier so rein sehr cool irgendwas habe ich entriegelt Schwachstelle erkannt na gut dann brauche ich ja diesen Lift höchstwahrscheinlich nicht es sei denn ich brauche ihn um vielleicht hier irgendwie es ist unwahrscheinlich ich fahre trotzdem jetzt einfach mal hoch vielleicht gibt es auch eine coole Aussicht die wir genießen können Höhenangst Hilfe so kann ich da irgendwie ne kann ich nicht ne Feuerleiter komm ich da irgendwie hoch na gut dann fahren wir halt wieder runter das hat noch nichts gebracht aber eine kleine Fahrt tut ja nicht weh so war das aber nicht zu tief dachte schon hier ein bisschen zu tief was gibt es hier drinnen leute was gibt es hier drinnen nichts sie verlassen das Missionsgebiet all right ich habe verstanden tun wir das nicht hm kann ich die Feuerleiter irgendwie hoch nee ne leider nicht muss jetzt nur irgendwie schauen dass ich ähm hier irgendwie diesen Kasten da hacken kann wenn ich jetzt hier nochmal in die Kamera reingehe dann ranzoomen das versuche ich jetzt gerade mal nochmal oder in diese Kamera könnte ich doch auch um die Ecke gucken wahrscheinlich oder hier einfach umdrehen ja greifen sie auf das Netzwerk des Gebäudes zu um die Signale zu erreichen hier oben alles klar jetzt wird wieder so ein kleines Hackerspielchen hier gemacht die sind ja nicht gerade anspruchsvoll bisschen rumprobieren dann haben wir es ja meistens auch schon hier das erste haben wir jetzt nochmal so um die Ecke und nee das war jetzt irgendwie scheiße was ich gemacht habe oder hier so muss es sein hm oder so genau so das spielt ja eigentlich Achtung so muss ich es machen wahrscheinlich hier hier wenn ich ah coole Sache es wird tatsächlich so ein bisschen anspruchsvoller sag ich mal so das ist natürlich vollkommener Quatsch so so ja dann fehlt uns aber hier ist das wichtig? eigentlich nicht ne ich mein jetzt gehen wir mal da hoch so so Moment so 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 jetzt haben wir hier achso naja jetzt habe ich es verstanden ok kurz auf dem Schlauch gestanden Moment so ah das ist doch jetzt achso hm hm ok ja jetzt haben wir es ok cool und das nächste wo bin ich wo bin ich wo bin ich mal kurz orientieren wo ist denn hier das Ziel ist das hier das Ziel ne also erstmal muss ich das hier entriegeln das mache ich am besten so und wahrscheinlich ok das habe ich jetzt hm warum geht das nicht weil ich so machen muss so dann habe ich das nun entriegelt hier geht es weiter so jetzt brauche ich hier oben noch ein bisschen Strom sage ich mal das geht nur so dann muss ich aber das umlenken und zwar so ja na klasse was zur Hölle ist das bei Weller untersuchen sie das Apartment das kriege ich hin was ist das Schwachstelle erkannt ich würde da gerne hacken aber ich kann nicht gibt es noch irgendwas ich wusste du findest mich Geheimnisse zugen dich immer an wie geht's dir reden Damien Brinks was zum Teufel hat er vor ich hoffe du machst die Spielchen ich wollte sehen ob du es noch drauf hast wir müssen reden und äh du solltest dich beeilen dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst das ist nicht was ich für uns geplant hatte aber wir werden gleich gestört komm zu mir ich suche einen schönen Ort warum belästigt er meine Schwester wir hatten keinen Kontaktzeit immer los ok na toll nichts geht über eine ordentliche Schießerei oder was äh Leute so den ersten haben wir wo gibt's noch was zu sprengen nirgends wahrscheinlich schauen wir mal den machen wir jetzt erst mal platt hier oben gegner in verfolgung was soll das bedeuten ja natürlich bin ich bewaffnet man was hält der denn aus das gibt's ja nicht komm hoch so das war's hier hinterm Auto ist hier irgendjemand auf der Feuerleiter oder so oder hier ist einer 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 nicht aus den Augen verlieren wo ist er hin da kommt er kommt er hinten hoch die beiden haben wir hier sind Scharfschütze irgendwo oder wo ist dieser Scharfschütze hier oben ganz hier oben okay wir werden mal kurz Deckung und schauen ob ich hier ein besseres ja hier ist schon mal einer jawoll eliminieren sie alle Fixer oder entkommen sie wo haben wir denn hier unten ist noch einer da ist allerdings hier ein bisschen oi ich sehe dich auch nicht man wo bist du bist du hier irgendwo oben egal weg hier wir sammeln hier noch die Sachen ein so sucht weiter und tschüss na gut Damien. Reden wir. Folgen Sie dem zurückverfolgten Anruf bis zu Damien. So, Leute. Ich hoffe, diese Folge war ereignisreich genug für euch. Hier hinten haben wir wieder einen dieser berühmten Watch Dogs Grafikfehlern. Seht ihr? Okay. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs. Ich bin der Gwinos und freue mich über jedes Abo und über jede gute, also über jeden Daumen nach oben und so. Ihr wisst schon, das Übliche, über das sich jeder YouTuber freut. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Amen. Amen.